Ganz, ganz, ganz dringend Zeit für das nächste Glow-Up in den Sommerferien-Video, damit ihr nach den Ferien alle in die Schule kommt und jeder denkt sich Warum ist sie so hot? Ich will genauso hot sein. Ich zeige euch jetzt eine Make-Up-Routine, die ihr so geil aussieht, aber die ihr meinetwegen sogar noch im Bus oder im Auto hinbekommt. Ihr braucht dafür halt einfach wirklich nur drei Produkte. Also ihr fangt erst ein bisschen mit Browser an. Ich habe auch keine Ahnung, wie man das richtig aufträgt. Also ihr könnt das auch machen, wenn ihr keine Ahnung vom Schminken habt. Ihr ballert euch das einfach so ein bisschen hier auf die Backen, dann seht ihr brauner aus. Das nächste Step ballert ihr euch einfach so ein bisschen Blush auf eure Backen. Jetzt habt ihr einfach so ein bisschen Farbe im Gesicht und seht einfach wacher aus. Und jetzt das aller allerbeste dunkle Lip-Liner. Umrandet eure Lippen einfach so stark, wie ihr euch wohlfühlt. Das ist dann der fertige Look. Also optional könnt ihr auch noch ein bisschen Wimperntusche drauf machen. Probiert das einfach mal mit egal welchen Produkten aus. Es wird sehr gut an euch aussehen. Wisst Bescheid, Ladies. Folgt mir, um keines der weiteren Glow-Videos zu verpassen. Bis was. Love you.